Hallo meine liebsten Lieblingszuschauer und willkommen zurück hier vor dem Safgottmoor in Tales of Cysteria. Ich habe schon wieder Tage lang nicht gespielt aus Gründen. Diese Gründe heißen Arbeit. Und deswegen weiß ich nicht mehr zu 100% was uns jetzt gleich erwartet. Ich hoffe es ist eine sehr lineare Stadt, in der wir nicht allzu viel tun müssen und erst recht nicht allzu viel denken müssen. Wenn ich vielleicht etwas leiser bin als sonst liegt das daran, dass ich Mikrofon sitze, weil es bequemer ist. Ach ja, Maven! Hai hai! Geiles Schwerd. Geiles Schwerd. Nein! Er ist ein Seraph? Ich verstehe noch nicht worum es geht. Ich bin ein Seraph. Ich bin ein Erster Schwerd. Ich weiß es, was ich für einen Sinn? Ich weiß es nicht. Ja. Poco Sex? Ich bin ein Seraph. Ich bin ein Seraph. Lider, Mabie, bitte. Ich habe es schon gesagt. Nein. Na. Na, warte. Sie haben jetzt eine große Herausforderung. Ich bin ein sehr schwerer Wahl. Nein. Wahrscheinlich ist er auch dieser Himmelsverfasser. Peace so fehlt? Vielleicht hat er auch die Dinger gemacht. Gut. Jetzt bewahrheitet sich wohl das, was unser lieber Blackie schon vor etlichen, etlichen Folgen prophezeit hat. Nämlich, dass wir die ganzen Erdgeschichtssteine finden müssen. Die geben wir dann wohl bei ihm ab und dann ist irgendwas cool. Wenn alles keinen Sinn ergibt, folgere ich daraus, dass dir etwas entgangen ist. Es gibt noch mehr, was du über die Vergangenheit herausfinden musst. Suche zunächst alle Fragmente der Geschichte, selbst wenn du dazu jede einzelne Ruine vom Kontinent durchkämmen musst. Alter! Ich warte hier, wenn du glaubst, dir das einzelne gefunden zu haben, komme wieder zu mir. Oh mein Gott! Ist das bitter! oh mein Gott! Warum? Warum? Was ist das? Wir haben die erste Erinnerung, Mikurio. Wir haben sicher nicht nur die Geschichte zu hören. Wenn wir uns in die Augen erinnern, dann sehen wir die wirkliche Sinn. Das ist so. Das ist, oder? Was ist das? Entschuldigung. Das ist ein Leben. Ihr Lieber, Ihr Lieber. Ihr Lieber, Ihr Lieber. Ich verstehe. Aber in dieser Situation, nur die Erinnerung ist, nur die Erinnerung. Aber es ist viel zu tun. Ich glaube, das wäre richtig. Das ist eine Option von Z億 Krieg und Genya. Sie hat einen Brot von Schnau in den Tsm. Sie hat eine Auslösung. Es ist Piece animiert. Sie hat ein Waffe angebaut. wenn Sie eben nicht verhalten, sie schicken die Brot oder Leipf, machen Sie? Auch die Bemerkungen. Aber es ist sogar eine Auslösung und Unfall zum Schnauhen. Es ist einfach nicht. Die Leute dann... Vielleicht ist das Beispiel der Schnauhe? Cooles Schwerf. Gib mir Geld. Diese Logrin ist schon früher. Das ist ein einziges Ziel. Sie sind sehr schwer. Es ist nicht so, dass du siehst. Es ist nicht so, dass du siehst. War Logrin nicht auch irgendwie was keltisches? Irgendwie ein mystisches Schwert oder sowas? Ich habe da einen Ausrufezeichen, deswegen gehe ich da mal hin. Ah! Lange nicht gesehen. Ein Dottles! Ich habe alle Kontinente nach ihm abgezucht. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich meine Haut abgeworfen habe. Ich bin erschöpft. Vielleicht ist diese Reize ein Fluch, den ich mir selbst auferlegt habe. Ah ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Wer damit? Danke für das Geschäft. Ach, das S-Bamm, das geht wieder. Jetzt kann ich meine Reizen fortsetzen. Spaten, ey. Westliches Gebiet, Abenteurerkarte. Was bringen wir nochmal? Ach ja. Jetzt sehe ich wohl alles hier. Auch die Gebiete, wo ich halt noch nicht war. Aha. Kann man nicht auch? Nö. Ich dachte, die wäre sowas wie ein Laden. Äh... Oh! Verschlossene Truhe! Jo, hey! Und das ist dann über mir, dieses Gebiet? Muss wohl so sein. Schlitz. Ich vergesse immer, dass man hier gar nicht springen kann. Ist ja nicht so, als wäre ich schon bei Folge 71 oder so. Ah, Mann oh Mann. Ja, das ist gut. Oder? Ja. Ein kleines Kind. Was ist das? Haben wir irgendwo einen Monolithen? So. Erst einmal kaufen. Äh... Gummis brauchen wir nicht. Außer höchstens Traubengummi. Die sind halt mega teuer, ey. Speer des drohenden Todes. Alter! 11k! Und diese Waffen erst! Alter! Mick hat lange keine neue Waffe bekommen. Boah, jetzt sind wir Schaufenstergucker. Äh? Wieso sind denn die Sterne so gering? Ach, zählt das für jeden einzelnen Händler? Das ist ja nun... Wow! Irgendwie nicht so geil. Topaz Diadem. Alter, das merke ich jetzt erst. Es ist ja nicht so, als wäre das Folge 71. Eieieiei. Für wen kaufe ich denn was? Ich kann mir nur noch einen Ausrüstungsgegenstand leisten. Ist das belastend? Öpp. Topaz Dolch. Völlig egal. Bekanntes Gesicht. Zwei Sachen gekauft und dann direkt so einen hohen Rang. Kann ich was verschmelzen? Ja, guck mal. Sogar eine Sache, die er gerade aktuell trägt. Das gefällt mir. So, Quarz Pendel 1. Und... Sonst... Nicht so wirklich. Irgendwie Sachen, die sinnvoll wären. Na, so ein Amphibolschwert geht halt, weil ich davon einfach extremst viele habe. Ich will ja mal so ein Plus 10 Ding da haben. Einfach, weil ich es kann. Wobei ich es noch gar nicht kann. Äh... Ich will was essen. Bedünsteter Kaktus. Ich kann das nicht aussprechen und ich werde es auch nicht tun, weil es sonst einfach pervers klingt. Maximaltrefferzahl 75 oder mehr. Wird die Titelerfahrung stark erhöht. Aha. Klingt eigentlich interessant, aber wann kriege ich das schon mal her? Er hin. Gedünsteter Kaktus, ganz ehrlich. Passt schon. Was für eine Nolwatsch? Ich habe es mit einer Nolwatsch. Ich habe es auch mit einer Nolwatsch. Ich habe es mit einer Nolwatsch. Ich habe es mit einer Nolwatsch. Ich habe es mit einer Mascot aus. Und ich habe eine Mascot aus. Rose, du hast, ich habe es mit einer Mascot aus. Es wird lange, aber es ist lustig. Es ist lustig! Es ist doch gut. Lass dir das mal, glaube ich. Wie kannst du dir das? Was ist das? Das ist das? Wenn du den Kopf gehst, dann muss man sich auch aufhören. Oh, das ist es so lange. Das ist das hier. Das ist die Haarbein. Es ist ein 1.5igeres. Das ist kass. Es ist schon Normin. Genau, das ist ein Bein, ein Gehirn, ein Gehirn, ein Gehirn, ein Gehirn, ein Gehirn. Ich weiß nicht, aber... Entschuldigung. Das ist eine spezielle Gehirn. Süß. Dargestellt, sodass man eine Charakterfähigkeit nimmt und auf der halt herumreitet. Und wenn man dann mehrere etwas wieder abschwächt und sie dann kombiniert, erreicht man einen normalen Menschen. Ah, und wie rund er war. Er war das rundeste, das ich in meinen 2000 Jahren je gesehen habe. Zu rund. Als ob ein Traum wahr geworden wäre. Ein Traum. Ein runder Traum. Wie soll das Gehirn auf eine solche geometrische Perfektion reagieren? Ich musste meinen unwürdigen Blick abwenden. So komisch war seine Schönheit. Wer hätte gedacht, dass die Trisoldehühle solche Wunder birgt. So wie so ein bisschen schmerz. Wird das Arma-Dilo? Was? Er hat gesagt, dass du es in Trisoldehühle gesehen hast. Gehen wir mal! Soll das eine Anspielung auf Arma-Dilo sein? Lila Stern ist doch immer... Was wir brauchen. Horsa, weißt du, mein Papa sagte, er hätte mal einen Irisstein an einem. Ein Bewohner dieses Dorfes verkauft. Der Ort wurde jedoch vor ewigen Zeiten zerstört. Was so mit diesem Edelstein passiert ist? Okay. Ich habe noch nie einen Ort namens Horsa hier in diesem Spiel gesehen. Ja, natürlich ist es ganz von alleine explodiert. Edna Twon hat nichts damit zu tun gehabt. Gar nichts. Boah, ist das kacke, ey. Jetzt haben wir nochmal so eine Spielverlängerungssystematik hier drin. Geh und suche etwas. An diversen Orten. Oh, das ist ein Norman. Habe ich gar nicht gesehen. Ist jetzt nicht so, als würde ich ihn holen wollen, aber ich behalte ihn mal im Hinterkopf. So, was ist denn hier Feines? Bisschen Ruinen-Zeugs. Außerdem hatten wir ja vorhin unten... Ah, Aktionspunktsuche. Und dann weiter nichts gesehen. Dann müsste ja irgendwo noch ein Monolith sein. Wie merkwürdig, dass hier einfach nichts ist. Bin mir fast sicher, dass wir hier später irgendwann nochmal herkommen müssen. Jetzt war es einfach nur Zeitverschwendung. Hm. Nur, wohin, wohin? Das ist jetzt die Frage. Zu der Truhe gehe ich selbstverständlich nicht, weil das so eine verschlossene ist, bin ich der Meinung. Da ist ein Hundi. Was geht ab? Dann halt nicht. Äh, ich würde fast sagen, wir verlassen erst einmal die Stadt. Nachdem wir mit Rosel gesprochen haben. Sergej und seine Männer sind wach. Das sollten sie lieber. Sergej und seine Leute sind nicht einfach nur ein paar schwertschwingende Gauner. Sie sind Hauptakteure der Politik des Reiches. Auch wenn sie die Hauptstadt bewachen. Wo wir gerade von ihnen sprechen. Sie sollten gerade trainieren. Warum gehen wir nicht mal hin? Aha. Du bist der Boss, Boss. Pfaun finden wir in Malroy, dem Patina-Wald. Es geht uns wahrscheinlich nichts an, aber bist du nicht neugierig, wieso diese Pfaunfedern braucht? Oh mein Gott, Gafferis-Ruinen. Oh, einverstanden. Also, auf zu den Ruinen nördlich von Pendrago. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann gibt es nur eins. Und vielleicht erschlagen wir gleich zwei Fliegen mit einem Stein. Genau. Nämlich dieser Elefant. Und ein neues Gebiet, in dem wir einen Irisstein finden. Das fände ich sexy. Vor allem, hier sind ja ein paar Elefanten so oder so zu finden, die noch ganz gut Erfahrung geben. Sind ja die aktuellsten Gegner. Und daher würde ich hier auch ein bisschen trainieren. Nehmen, was sagt ihr nochmal? Wind. Ah, genau, der falsche. So sind die zornigen Winde entfacht, mein Freund. Und wir müssen locken. Ach ja, das kann theoretisch sein, weil die Folge wahrscheinlich sowieso nicht mehr super lange gehen wird, dass ich gleich einfach mal so eine Pause machen muss. Was auf einen dringenden Rücken von Fräuchenworte. So. Bom, kill, 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 not. Oh. Jetzt aber. Wir gehen. So, 363. Das ist... Verglichen mit dem, was die noch brauchen. Boah, wo ist denn das? Ach so war das. Pff. Das sind vier Kämpfe. Mega Premium. Wir gehen nochmal mal da lang. Das ist auch schon der nächste Elefant. Äh. Alter Leute, so peinlich. Ich war ja die Tage im Kurzurlaub in Dänemark. Wirklich sehr hübsch. Fräuchen und ich hatten uns ein Häuschen ganz für uns gemütet. War echt sick. Das war halt so schwierig, da was zu finden. Ey, meine Freundin musste nicht navigieren. Weil ich mich halt mega verfahren hatte. Oh. Also, es ist auch im richtigen Leben, würde ich es mal nennen. Nicht besser. Das war das, worauf ich gerade hinaus wollte. Einen Gefallen war es nur, weil ich auf die Karte gucken musste, obwohl ich das vorhin schon gemacht hatte. Wow. Hat er mir auch nicht geplatscht. Block. Oh. Bom. Kürtet ihn. Ersatzungsfähigkeit erhöht. Aber interessant wird es ja erst, wenn die ihre Titelfähigkeiten erhöhen. Dann schaut Faddy mal nach. Letzt den Lökern Truppen auf. Ich glaube, die sind gegen Feuer. Dann fängt gleich. Wow. Wow. Okay. Was habe ich denn da bekommen? Wow. Ey, das kotzt voll an, wie schnell die attackieren. Ich denke, man hat noch ekelhaft. Alter, ist gut. Aber ein schöner Flow beim Kämpfen, finde ich. Also, die Angriffe verzahnen sich schön ineinander und wir combo'n like a boss. Jetzt... Ach, perfekt. Hier ist ein Schild. Wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist interessant, wo wir lang wollen. Logrin. Die Überreste des Turms. Wäre ganz cool. Horsa Oase. Südwesten. Aha, 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 aha. Komm, egal. Wir gehen erst dahin. Wir müssen sowieso in beide Orte. Das ist ja das Schöne daran. Ihr merkt schon, ich nehme nicht jeden Gegner. Auf diese komischen Pflanzen-Dinger habe ich eigentlich wenig Bock. Nerven wie Hölle. Weil die so schnell attackieren. Nein, nein, nein. Schön zaubern lassen, Spasti. Alter. Ich hasse diese Gegner, die immer so dumm fliehen, ne? Oh. Erwischt ihn doch einfach, bitte. Jawohl, 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 jawohl. Immer schön auf die Kacke hauen. Nach Möglichkeit zwei Gegner auf einmal erwischen. Fight. Sorry, fight. Wursch. Der hat richtig schön gesessen. Das war jetzt halt einfach der längste Kampf heute. Er hat die wenigsten Erfahrungen gegeben. Finden Sie bitte den Fehler. Herr Bandai Namco. Bitte finden Sie den Fehler. So, Gefahr voraus. Vorsicht beim Betreten der... Wieso plötzlich Trisolde-Höhlen? What the fuck? Ich dachte, das wäre jetzt Logrin oder Hossa. Das ist auf einmal Trisolde. Was soll denn der Scheiß? Ja, ist egal. Wir gehen einfach mal rein. Wahrscheinlich sind die Ruinen hier einfach irgendwo auf der Map. Nicht eingezeichnet, aber vorhanden. Oh. Wie bitte? Eine Eishöhle in der Wüste? Triff dich mit Maven, sobald du bereit dazu bist, suche nach den restlichen Irissteinen. Ja, ja. Ist schon richtig. Ich bin ja einfach ganz mega neugierig, wo wir hier rauskommen. Oh, nicht diese Viecher. Die gab es ja auf der Kamerlot-Brücke. Oh nein, kein gefährliches Ding. Habe ich keine Lust zu. Nicht bei diesen Kack-Gegnern. Vögel sind hier immer äußerst räudig zu bekämpfen. Ich hast halt nur Vögel. Jawohl. Eine Million Amseln. Finde ich supi. Wow. Alter, was ist das denn? Darf bitte mal einer stehenbleiben? Die sind halt nicht mal so krass lowlife, muss ich sagen. Sehr schön, sehr gut. Oh wow. Oh wow. Ihr Rack halt einfach richtig, ne? Alles klar. Die denken sich, okay, wir zerstören einfach ihre Lives. Alter, dann kommen halt einfach die Nächsten. Ihr habt keiner, warum habt ihr euch wieder diffusioniert? Das war doch das Geilste überhaupt gerade. So, Schmetterzahn. Ich hab halt einfach keinen stecheren Erdangloss. Wow. Das sind halt immer noch vier. Obwohl schon so viele mit Mystic-Scheiße gekillt wurden, ne? Ist okay, Alter. Wow. Und bumm. Das hätte ich einfach am Anfang hätte machen sollen. Stirn. Guckt es euch an, ey. Wie man sich da quält. Plop ring. Neue Kampfaktion erlernt. Das ist interessant. Da wollen wir mal gucken. Da. Neu. Wo ist der? Neu. Da. 10T-Bonus. Amortisiert. Wenn du mit einer mystischen Art insgesamt 10.000 schaden oder mehr. Alter. Diese Kacksteuerung. Verursachst. Verringert sich die benötigte SA für jede Figur um 1. Jedoch nur ein einziges Mal. Äh. 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 Oh. Oh, Hinsen. Äh. Zerstöre. Dankeschön. Ich find's albern, hier solche Elemente noch einzubauen, wo wir sowieso schon jede Fähigkeit haben und immer alles machen können. Ist das für die Dofis, die vergessen, dass das geht, damit die gefrustet sind, oder? Warum tust du das, Herr Bandai Namco? I don't understand you, Herr Bandai Namco. Oh nein. Oh nein. Gut. An dieser Stelle hab ich keinen Bock mehr und beende deswegen die Folge. Ich hätte gehofft, wir kommen in einem neuen Gebiet raus, aber das ist ja müßig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dahin. und bis dann Tschüss.